Offenbarungen am Kreuz Epheser Kapitel 2 Verse 13 bis 18 Übersetzung Schlachter 2000 Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz, der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Der alte Mensch ist ein Mensch der Verzweiflung, selbst wenn ihm dies nicht bewusst sein sollte. Es bleibt eine unsichtbare Tatsache. Ungläubige Menschen sind geistlich tot und Kinder des Zorns. In Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 5 heißt es, Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Welt herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wir sind also in jeder Weise unfähig, unserem Leben mehr abzugewinnen, als es die allumstrickende Sünde zulässt. Da bleibt vor Gott nichts bestehen. Zu finden wären unter anderem Unverständlichkeit, Unglaube, Ziellosigkeit, Bosheit, Neid, Hass, falsche Begierden und so weiter. Titus 3,3 Das sind alles Eigenschaften und Resultate, die Gott feindlich gegenüberstehen. Der sündige Mensch ist ein Feind Gottes. Dies wird durch das Gesetz Gottes deutlich. Dadurch kommt die eigentliche Erkenntnis über die Sünde erst zustande. In Römer 3,18-20 schreibt der Apostel Paulus, Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vor dem Sündenfall waren Adam und Eva vollkommene Menschen, in innigster Harmonie mit Gott, dem Vater. Danach sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit. Einerseits Gottes Werk, aber durch die Sünde andererseits nun auch Gottes Feind geworden. Solche Menschen sind innerlich zerrissen und krank. Wir alle. Eine Krankheit, die zum Tode führt, denn der Sündelohn ist der Tod. Römer 6,23 Wir hatten auch keine Aussicht auf Veränderung. An Sünde erkrankt zu sein, ist eine Krankheit mit eingebauter Hoffnungslosigkeit. Das Kreuz ist nun gewissermaßen für uns Glaubende die Geburtsstunde Gottes. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Galater 4,4 Diese Dinge sind existent, aber sie kommen zu spät. Denn das Kreuz ist das Zentrum der Offenbarung Gottes und seine ewige Mitte. Es ist der Anfang allen Seins und das Ende allen Nichtseins. Der Glaube an das Evangelium ist nun folgerichtig die vollkommene Begegnung mit Gott, mit eingebauter Neuschöpfung. In 2. Korinther 5,17-19 heißt es darum, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Dies ist der einzige Weg zur Erlösung und in den Himmel. Weder meine Herkunft, meine religiösen Ambitionen, meine guten Taten, meine Moralvorstellungen oder meine Toleranz sind dazu je fähig. Sie sind eher ein Ärgernis und ein Ausdruck von Ignoranz, Gottes Wort und seinem Willen gegenüber, reine Selbstgefälligkeit. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar unter anderem, Denn er ist unser Friede. Man beachtet, dass es nicht heißt, er hat Friede geschaffen. Das stimmt natürlich auch, wie wir im nächsten Vers sehen werden. Doch hier geht es um die Tatsache, dass er selbst unser Friede ist. Doch wie kann eine Person Friede sein? Das verhält sich folgendermaßen. Wenn ein Jude an den Herrn Jesus glaubt, verliert er seine nationale Identität und ist von da an in Christus. Genauso, wenn ein Heide den Erlöser annimmt, ist er nicht länger ein Heide, sondern von da an in Christus. Mit anderen Worten, gläubige Juden und gläubige Heiden, die einst durch Feindschaft getrennt waren, sind nun beide eins in Christus. Ihre Vereinigung mit Christus vereinigt sie gleichzeitig miteinander. Deshalb ist ein Mensch der Friede geworden, so wie Micha vorausgesagt hat. Micha 5,5 Die Gemeinde ist also eindeutig eine neue Schöpfung, die eine besondere Berufung und ein besonderes Schicksal hat und in den Plänen Gottes einen einzigartigen Platz einnimmt. Doch die Auswirkungen des Werkes Christi sind hier noch nicht erschöpft. Er hat auch Frieden zwischen Juden und Heiden geschlossen. Er tat das, indem er den Grund für die Feindschaft aufhob, indem er den Menschen ein neues Wesen schenkte und eine neue Gemeinschaft schuf. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf Rassendiskriminierung, auf Apartheid, Antisemitismus, Bigotterie und jede Form von Streit zwischen den Menschen. Zusätzlich zur Versöhnung der Juden und Heiden untereinander hat Christus die beiden mit Gott versöhnt. Obwohl Israel und die Nationen normalerweise einander bitter Feind waren, gab es einen gemeinsamen Nenner, der sie verbannt, ihre Feindschaft Gott gegenüber. Der Grund für diese Feindschaft war die Sünde. Durch seinen Tod am Kreuz beseitigte der Herr Jesus die Feindschaft, indem er ihre Ursache beseitigte. Diejenigen, die ihn annehmen, sind gerecht gemacht. Ihnen ist vergeben. Sie sind erlöst, begnadigt und befreit von der Macht der Sünde. Die Feindschaft ist vorbei. Jetzt haben sie Frieden mit Gott. Der Praktische beweist, dass nun ein Zustand des Friedens zwischen den Gliedern des einen Leibes und Gott besteht, ist, dass sie jederzeit Zugang zur Gegenwart Gottes haben. Das steht im scharfen Kontrast zur Haushaltung des Alten Testamentes, in der nur der hohe Priester das Allerheiligste betreten durfte, wo Gott anwesend war. Durch das Gebet kann jeder Gläubige den Thronsaal des Himmels betreten, vor dem Herrscher des Universums uns niederknien und ihn als Vater ansprechen. Hier wird uns nun die normale Ordnung, der wir im Gebet folgen, sollten angegeben. Als erstes beten wir durch ihn, das heißt den Herrn Jesus. Er ist der eine Mittler zwischen Gott und Menschen. Sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung beseitigten jedes Hindernis des Gesetzes, das uns daran hinderte, in die Gegenwart Gottes zu treten. Nun als Mittler lebt er in der Höhe, um uns in der Gemeinschaft mit dem Vater zu erhalten. Wir nähern uns Gott nur in seinem Namen. Wir haben keinen eigenen Wert, also bitten wir, weil Jesus Gott so viel wert ist. Die Teilhaber am Gebet sind wir beide, gläubige Juden und gläubige Heiden. Das Vorrecht besteht darin, dass wir Zugang haben. Unser Beistand im Gebet ist der Heilige Geist durch einen Geist. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist verwendet sich selbst für uns in unhaussprechlichen Seufzern. Römer 8, 26 Derjenige, dem wir uns nähern, ist der Vater. Kein Gläubiger des Alten Testaments kannte Gott je als Vater. Vor der Auferstehung Christi standen die Menschen vor Gott als Geschöpfe vor ihrem Schöpfer. Erst nachdem Christus auferstanden war, sagte er, Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, 17 Als Auswirkung seines Erlösungswerkes waren die Gläubigen zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal in der Lage, Gott Vater zu nennen. In Vers 18 sind alle drei Personen der Dreieinigkeit direkt am Gebet des einfachsten Gläubigen beteiligt. Er betet zu Gott, dem Vater, nähert sich ihm durch den Herrn Jesus Christus und spricht in der Kraft des Heiligen Geistes. Soweit. Vor Gott kann nur der neue Mensch zählen. Galatas 6, 15 Dieser neue Mensch ist in der Tat sündlos. Er kann auch nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Entsprechend steht in 1. Johannes 5, 18-20 Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es gibt keine Erlösung mit begrenzter Haltbarkeit. Wen Gott frei macht, der ist wirklich und wahrhaftig frei. Johannes 8, 36 Darum sollen wir diesen neuen, freien Menschen auch im Glauben und von Herzen anziehen und ein würdiges Leben in Liebe und Wahrheit anstreben. Der Apostel Paulus schreibt in Römer, Kapitel 13, Verse 11 und 12 Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. In diesem Sinne, Gott segne, behüte, stärke und führe und leite euch in eurem Leben, in eurer Nachfolge und schenke euch Frieden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020